Asus präsentiert sein Vivobook E410M zu einem Kampfpreis von 319 Euro auf Amazon. Warum man das Notebook trotz des geringen Preises nicht kaufen sollte, das erfahrt ihr in diesem Video. Viel Spaß dabei! Der Lieferumfang ist spartanisch. Neben dem Notebook befindet sich nur noch ein proprietärer Netzstecker und eine Garantieinformation in der Schachtel. Die Oberseite des Notebooks präsentiert sich in einem auffälligen Design mit einem Asus-Schriftzug in der Mitte und verschiedenen blauen Design-Elementen. Mir gefällt das sehr gut, das Topcase ist aber trotzdem vollständig aus Plastik. Auch die Unterseite ist vollständig aus Plastik. Es gibt keine Möglichkeiten, den Arbeitsspeicher oder die Festplatten auszuwechseln oder zu erweitern. Die Oberseite des Asus Vivobook ist in einem dunkelblau gehalten. Besonders markant ist die gelbe Leertaste, Vivobook typisch für Asus. Besonders schade ist, dass vor allem der Sticker in der unteren rechten Hälfte schief angebracht ist. Da müsste Asus auf jeden Fall nachbessern, auch bei diesem günstigen Preis. Das Vivobook bringt 1,4 Kilogramm ohne Netzteil und 1,5 Kilogramm mit Netzteil auf die Waage. Für ein 14 Zoller aus Plastik geht das gerade noch so in Ordnung. Beim Display setzt Asus auf ein nicht besonders leuchtstarkes TN-Panel. Dafür lässt sich das Display in einem Winkel von 180 Grad öffnen. Das Display des Asus löst mit 1920x1080 Pixeln auf, ist dabei allerdings nicht sonderlich hell. Die Blickwinkel des Asus sind für ein TN-Panel erstaunlich stabil. Zur Seite haben wir kaum Verfärbung, lediglich von oben und von unten sind deutliche Verfärbungen des Bildes zu erkennen. Typisch für ein TN-Panel sind blasse Farben und ein schlechter Kontrast. Asus verbaut hier allerdings ein recht hochwertiges TN-Panel, wodurch Kontrast und Farben in Ordnung gehen. Allerdings wäre ein IPS-Panel in jedem Fall die bessere Wahl gewesen. Die Displayhelligkeit des Asus überzeugt hingegen nicht. Für Innenräume reicht die maximale Helligkeit geradeaus. Für Arbeiten im Freien oder mit direkter Sonnereinstrahlung ist das Display einfach viel zu dunkel. Geladen werden kann nur bei dem proprietären Netzstecker. Ein Laden über USB-C ist leider nicht möglich. Zumindest steht ein vollwertiger HDMI-Anschluss zur Verfügung, so spart man sich zusätzliche Adapter. Datenübertragung erfolgt über einen der beiden USB 3.0-Anschlüsse. Auf der linken und rechten Seite oder über den USB-C-Anschluss. Ein Kopfhöreranschluss befindet sich weiterhin an Bord. Leider bietet das Vivobook keinen SD- oder Micro-SD-Kartenleser. Das finde ich schade. Der Vollständigkeit halber erwähnt, befindet sich auf der rechten Seite lediglich der zweite USB 3.0-Anschluss. Die Tastatur des Vivobooks versucht hingegen zu gefallen. Tastenanschläge werden sauber erkannt und auch der Druckpunkt ist gut. Die Enter-Taste ist wie bei allen Vivobooks in gelb gehalten. Die Tasten bieten eine angenehme Größe und auch längere Texte lassen sich ganz ordentlich mit der Tastatur schreiben. Eine Tastaturbeleuchtung hat das Vivobook aber leider nicht. In ihren Touchpads integriert Asus ihr patentiertes NumberPad 2.0. Mit einem Knopfdruck in die obere rechte Ecke wird aus dem Touchpad ein Nummernfeld, so wie man es von Desktop-Tastaturen kennt. Die Eingabe auf dem NumberPad funktioniert im Test problemlos. Lediglich ein haptisches Feedback wie bei normalen Tasten fehlte mir, weshalb man bei der Eingabe immer hinsehen muss, um die richtige Taste zu treffen. Alles in allem ist das NumberPad 2.0 eine clevere Idee von Asus und kann Nutzern von Excel und Code den Alltag sicher erleichtern. Allerdings würde ich bei der Benutzung des NumberPads eine externe Maus empfehlen, damit der NumberPad-Modus nicht immer ausgeschalten werden muss. Das normale Touchpad überzeugt hingegen nicht. Die Größe ist in Ordnung, der eigene Finger gleitet allerdings schlecht über die Oberfläche und kleinere Bewegungen werden nicht sauber umgesetzt. Insgesamt ist das Touchpad aber noch in Ordnung, mit einer externen Maus lässt es sich allerdings besser arbeiten. Der Sound des Asus geht für die Preisklasse in Ordnung. Das Audio lässt sich durch die installierte Equalizer-App sehr detailliert einstellen. Wenn man die Regler für den Bass voll aufdreht, entlockt man dem Notebook sogar tiefe Töne. Dank eines intelligenten Power-Managements, der Stromsparen an Celeron CPU, die nur maximal 6 Watt verbrauchen kann und dem TN-Pill mit geringer Helligkeit, schafft das VivoBook Akkulaufzeiten von 10 bis 12 Stunden. Das VivoBook kommt lediglich mit 4 GB Arbeitsspeicher. Leider sind davon ohne Aktivität bereits über die Hälfte belegt. Öffnen wir einen Webbrowser, steigt der RAM-Bedarf auf gut 3 Viertel des Maximal-RAMs an. Die im Asus VivoBook verbauten 4 GB sind leider unter Windows 11 nicht mehr zeitgemäß und man muss damit rechnen, dass sich der Arbeitsspeicher während der Nutzung voll auslastet, was zur zusätzlichen Verringerung der Performance führen wird. Die CPU-Leistung und Performance des VivoBooks sind leider unterirdisch. Selbst kleinere Tätigkeiten wie das Öffnen des Dateiexplorers oder des Webbrowsers erfordern eine Menge Geduld. Das Laden von Webseiten dauert trotz 50K-Leitungen ewig. Wenn Webseiten geladen sind, reagieren sie zumindest vernünftig. Die YouTube-Wiedergabe fängt bereits bei 1080p und 60fps an zu ruckeln, was auch auf die schwache CPU zurückzuführen ist. An Spielen ist mit dem VivoBook gar nicht zu denken. Selbst ältere Titel werden schlecht bis gar nicht auf dem VivoBook laufen. Die geringe Arbeitsspeicher macht Zocken zusätzlich unmöglich. Normalerweise hätte ich mit dem VivoBook jetzt noch einige Benchmarks, Alltags- und Spieletests gemacht. Doch aufgrund der unterirdischen Performance ist dieses Ganze eigentlich recht sinnlos. Aus diesem Grund kommen wir auch schon zum Fazit des Asus VivoBook E410M. Positiv ist das auffällige blaue Design anzumerken. Bei der Tastatur hat sich Asus wirklich Mühe gegeben. Auch das integrierte NumberPad 2.0 ist sicher eine gute Ergänzung. Die Lautsprecher des Geräts sind ebenfalls sehr gut und auch die hohe Laufzeit spricht für das Gerät. Neutral anzumerken ist, dass Asus zwar ein TN-Panel verbaut, dabei aber ein TN-Panel sehr guter Qualität. Negativ anzumerken sind ganz klar die unterirdische Performance. Das unpräzise Touchpad, mir persönlich fehlt eine Tastaturbeleuchtung in 2021. Der Speicher ist langsam, die Aufkleber sind schief angebracht. Es gibt keine Möglichkeiten zum Aufrüsten, weder Arbeitsspeicher noch Festspeicher. Ein Laden über USB-C ist ebenfalls nicht möglich und ein SD-Kartenleser wäre wünschenswert gewesen. Das war es auch schon mit dem Test des VivoBooks E410. Wenn dir das Video gefallen hat, dann like das Video und lass einen Kommentar da. Abonniere gern meinen Kanal und aktiviere die Glocke für weitere Reviews von günstigen neuen und gebrauchten Notebooks. Gerade kleinere YouTuber wie ich benötigen dein Feedback, um ihre Qualität ständig steigern zu können. Vielen Dank, wir sehen uns beim nächsten Video. Am Ende des Videos habe ich noch eine Kleinigkeit in eigener Sache. Alte Videos von mir sind immer live aufgenommen, no reviews. Dieses Mal habe ich dieses Video bearbeitet und nachvertont. Ich finde, dieses Video ist gerade, weil es kürzer ist als andere, besser zu gucken und bringt trotzdem die gleichen Fakten besser auf den Punkt. Ich finde, die Video-, Audio-, Bildqualität ist besser geworden. Aber wie seht ihr das? Findet ihr auch, dass solche kurzen, sieben-, achtminütigen Videos besser sind als 20, 25 Minuten lange Uncut-Reviews? Schreibt mir das gerne in die Kommentare. Ich lese mir euer Feedback durch und auf die allermeisten Kommentare antworte ich auch. Vielen Dank.